Er geht auf mich! Ja, down! T-Bang! Ja, der ist tot! Los, laden nach dem Wixer! Und diese kleinen Scheißviecher, ne? Das sind nur noch Flugsaurier, oder? Ja, der ist dort ganz, ganz oben. Dort seht ihr den? Wo es rot markiert ist? Ich sehe ihn nicht, ne. Ach, es liegt wahrscheinlich an den Pixeln. Da kommt runter. Da kommt runter. Hast du bitteschön für einen schlechten PC, wenn du das selbst nicht spielen kannst? Da war ja ein Tino. Wo ist denn das Scheißteil da? Aber jetzt komm doch mal runter, du Wichsvieh. Da kommt einer noch. In einer noch. Hab ihn. Das war's. Okay, jetzt Waffenkurven. Waffen und alles und Muni-Peckelkurven und wir müssen dann das Fahrzeug nehmen. Capture the Outpost. Wie kann ich das? Okay, aber einer muss... Einer muss wahrscheinlich laufen, ne? Warte, ich würd sagen, ich muss in Assault laufen, weil der fliegen kann. Wie kann ich nochmal Munition kaufen? Ammo-Kit. Bei Items Ammo-Kit. Gut, cheers. Okay. Jetzt drauf, jetzt geht das. Upgrades. Clip-Side. Reload-Speed. Einer Umblick noch, noch schnell zu Augments. Microphone muted. Da bin ich auch grad. Ich steh jetzt hier drauf, ne? Ey, warum fahren wir schon? Da sind alle drin. Alter. Oh, kommt ein Dino. Kommt ein Dino. Seid ihr ohne mich losgefahren? Nein. Wir sind nur hier vorne. Nein, wir sind noch hier. Wo ist ein Dino? Hinter uns. Hinter uns. Leute, ich bin Ganner. Alter. Wie schieße ich mit dem Ding? Ich kann nicht schießen. Natürlich. Alter, bleib mal stehen. Alter, bleib mal stehen. Alter, ich muss aufladen. Wollt's fahren? Ist der Gustav dran? Der Gustav. Bleib doch mal stehen. So, Moment. Ja, ich muss grad eh mit dem Fritz reden. Der nervt wieder. Alter. Moment, warte, ich will mich mal so draufzustellen. Oh, oh. Du kannst noch einsteigen. Es müsste noch ein Platz frei sein. Achso. Es ist noch ein Platz frei. Okay. Na gut, Stefan. Jetzt fahr mal aber ordentlich. Alter, mit Shift gehst du übelst ab. Ja, pass auf, dass du nur dagegen fährst. Du fährst in die falsche Richtung übrigens. Das ist gar nicht wahr. Du bist so objective. Das ist ein mega Primo-Spiel. Erik, merkst du das? Ja, ich find das gar nicht so schlecht. Wenn die Grafik noch ein bisschen besser wär. Das ist so dringend. Ja, der Rechner schafft nicht immer die Grafik, also. Obwohl die Grafik schon nicht die beste ist. Das ist der Stegosaurus. Hier ist dieser Große da. Ja, ich bin ausgestiegen. Ja, ich wollte aussteigen. Ich fahr sie alle um. Ich fahr sie alle um. Ich fahr sie alle um. Da sind ganz viele. Ich fahr die alle um. Oh man. Ich hab den Stegograd gepult. Ja, der hat gleich nichts mehr. Oh, oh. Der macht die Karre kaputt. Ja, dann rette die Karre. Ich kann die. LOL. Das ist der. Wie heißt der? Dinosuchus? Warte mal. Jetzt hab ich Lapper stehen. No, hier ist der Panzer. Ich geh mal ganz unten in den Panzer. Happen. Ja, jetzt killt das Vieh. Oh, jemand hat einen Mech. Nice. Okay. Der Dinosuchus ist down. Guck mal, ich kann die Leiche durch die Gegend schieben. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hey, du hast so ein großes Teil. Wie das aussieht. Haben wir jetzt Objective schon eingenommen? Kann ich zum Panzer mit einstecken? Oh, wir müssen wieder zur Base. Wir müssen wieder zur Base. Machst du das? Hey, wieso müssen wir zur Base? Wir haben das Objective wieder. Das ist gleich die nächste Welle. Okay, Erik, wir fahren mal, ne? Oh Gott, ich steh wenigstens drauf. Oh, da ist ein Dino. Du grad die Base. Wo ist die Base? Ah, ich glaube. Da, wo Power Generator und Weapons Augments ist und so. Hä, waren da drei Fahrzeuge, hä? Wenn der Hempel bei mich... Gustav, hast du ein Fahrzeug, Stefan? Was hast du denn? Der hat den Mech? Ich hab, äh... Genau. Ich hab diesen Roboter. Ja, Erik, wir sind ein bisschen langsamer, aber dafür machen wir ganz schön viel kaputt. Ah ja, passt. Ich tu hier mal alle beim Generator umfahren. Okay, neben uns ist der Triceratops, glaube ich. Jetzt hab ich da gerade irgendwas gesehen. Na komm, den machen wir gerade nicht. Oder? Ne. Ja, also hier haben... Oh, Generator ist nix los. Oh, hoppsa, ich hab uns festgefahren. Einer Umblick bitte. Hey, wer fährt mit dem Panzer jetzt? Ich? Hey, Gustav. Achso, gut. Warte, da drüben steht auch doch... Da längst ist er. Ja. LOL. Wuhu. LOL. Okay, mich müsste jemand wiederbeleben, der fliegen kann. Ich lieg hier oben auf dem... Ey, wo bist du? Ich lieg hier in dem Panzer-Frag. Ich kann nie. Ja, wir sind gerade Triceratops und so ein Stegosaurus-Typ. LOL, Aua. LOL, der macht richtig fett damage. Das... Versuch den Generator mal wieder online zu bringen. Das... Aber ich hab grad hier ein Problem mit nem Kleen. Hämmer. Problem beseitigt. Und ich bin down. Low Motion. Nooo... Fuck the one, oder? Fuck the one, oder? Äh, ne, ich bin nur down. Ich bin auch down. Kann ich jemals reviven? Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Ja, Alex, du machst das. Obwohl, ne, ich bin wieder da. Bin wieder da. Bin wieder da. Ja, ich konnte... Alter, ich kann grad eh niemanden... niemanden spektaklen. Lade nach, du dumme Schotty! Waaaah! Okay, ich bin unter der Map. Ich auch unter der Map. Aber ich kann mich nicht mehr mal bewegen. Da hinter dir auch. Das ist ja, weil ihr tot seid. Ich verteidige mich mal. Ich bring die Dings in den Augen. Ist der... Jetzt... Ich hab dir gesagt, du kannst dich die Map durchdrehen. Ah, aber mit Eric, äh... Nimmer Mausrat, dann kannst du sie in den Hinschrutschen. Der ist der... Was soll denn das Stefan? Was denn? Oh, sorry, ja, warte. Ah, ich bin nur überwalt worden. Okay. Okay, Waffen. Aber meine Waffen sind weg, Moment. Stefan! Ja, meine auch. Ja, die Waffen sind weg, weil du gestorben bist. Kann ich dort hinrein und die wieder einsammeln? Ja. Wo ist denn die Karre? Hier. Sind... Sind die anderen Karren weg? Also der Panzer ist down. Mein... Ja, und mein Roboter ist auch down. Wo bin ich denn gestorben, hier drüben? Wunderbar, ich brauch mal wieder neue Munition. Also ich war hier irgendwo... Hier so klar eigentlich, ne? Ich tu das Auto wieder parken. Geht mal in die Reine. Wir brauchen ihn, wenn wir das nächste Mal brauchen. Hä, wo stand ich denn? Wo war denn das? Hier so irgendwo. Ich bin grad auch irgendwie verwirrt. Finge mal, ist das hoch? Hier so war das doch... Guck mal, da liegt doch ein Stück Panzer, oder ne? Da drüben, wo meinte ich... Ich sehe, wo meine Waffen liegen. Boden. Also, wo meine liegen. Oder eines, das weiß ich nicht genau. Na, ich bin in deiner Nähe gestorben, Clay. Wo hast du nur deine jetzige gehabt? Meine liegen... Hier drüben. Scheiße, ich hab keine Waffen. Hier liegt aber noch was rum, Eric. Hier liegt doch ein Revolver. Ne, ich hatte ein Revolver und so ein MG-Ding. Äh... 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 Ja, ähm... Äh... Ja, hm... Und... Ja... Warte, ich bring das Auto! Oh! Alter! Ich hol das Auto! Oh! 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 Viel Spaß da, Eric, ne? Ja, ich fliege ja schon weg! Okay, ich bin tot! Wer ist denn dort an Dinosauriern? Da ist ein Triceratrops und ein T-Rex und ein Stegosaurus. Oh! Nein! Wicks Vieh! Oh, das Auto ist da! Lass mich runter! Nee, ist es nie. Da ist Auto stuck. Okay, nee, das Auto ist weg. Kann mir jemand helfen? Ich lieg auch da. Ich bin fast tot! Ich bin auch tot. Achso. Ich glaub, wir hätten ein bisschen defensiver sein müssen. Ich musste meine Waffen wiederholen. Okay. Die einfach neu kaufen können. Also ich bin bei T-Rex gestorben, ja. Außerdem müssen in dem Waffenhaus doch genug Waffen liegen. Immer wenn man eine neue Waffe gekauft hat, hat man die alte verloren. Ich hab aber fast nie neue Waffen gekauft, Alex. Es ist alles down. Ich. Ich nie. Ich hab grad den T-Rex gekillt. Jetzt geht's an den Stego. Ja, ja. Ich schieß auch schon drauf. Boah, schon wieder hab ich dieses Wichsvieh getötet. Ich will nicht mehr. Komm, schau und lad nach, du Bitch. Ich bleib voll. Boah, Alo, Alo gegen diese Stego. Okay, ich hab den, äh, das eine Scheißvieh kaputt gemacht. Und das andere Scheißvieh auch. Nee, das hab ich kaputt gemacht. Echt jetzt? Oh, Mann auch. Hm. Wer ist denn dieser Lila ne von euch? Wir sind da der Lila. Nee, ich nicht eigentlich. Ach so, ich bin Lila und der Stefan. Aber wenn ihr sterbt, sind eure Verbesserungen weg. Wollte ich nur gesagt, ne, wenn ihr sterbt sind die Verbesserungen weg. Was? Habt ihr euch eigentlich Doppel-Armor gekauft? Habt ihr nicht gekauft? Hatte ich, aber ich konnte es nicht lesen, deswegen nicht. Oder irgendwie Rüstung oder irgendwas. Ich brauch erstmal Munition. Guckt euch mal meine Credits an, ich kann mir fast alles davon kaufen, ey. Wie viel Kohle, ist denn auch das Geld weg, was man davor erspielt hat eigentlich? Das ist noch da. Naja. Aber dann kauf ich mir jetzt wieder... Soll ich mir Raketenwürfer kurven? Also so ne... Dann ist er deine normale Primärwürfer, glaub ich, weg. So ne Medic Gun? So ne... So ne... Okay, wo war's da? Creed. Und dann... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, ich will noch Argument kaufen, wenn ich ihn's finde. Ihr habt noch 10.000. 10 Sekunden hab ich ne Zeit, irgendwas zu kaufen. Ey, du kannst dir Health Regeneration kaufen. Wo, 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 wo? Tier 3. Nein. Dammit. Okay, aber ich hab jetzt, äh, ne Medic Gun. Also so ne, äh... Na, sag's schon. Ich hab ne Sniper, dieses ähm, äh... Also es sind ganz schön viele Heavy Viecher, die ist mal wieder unterwegs. Und ich kaufe dann, dass ich nicht mehr von diesen scheiß Fliegviechern gegrabt werden können. Oh ja. Man kann von denen gegrabt werden? Ja, wenn du von denen gegrabt bist, musst du, musst du V drücken, dann tust du dich so an, an mir, äh, mit, äh, an Nahkampfen. Da ist der T-Rex. Gegen die, du musst, ihr müsst euch ne Schottie kaufen. Der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Hops, kann jemand zum Stefan? Ihr müsst euch. Ihr müsst euch. Ja, warte. Ja, ich bin down. Wo ist denn der Stefan? Dammit. Ach man, das kann ja wahr sein. Ich hatte so viel, Alter. Na, wenigst, kannst dir dein Zeug ja wieder hier holen. Der T-Rex hat mich übelst abgelutscht, äh. Ja, kommt der scheiß Dinosaurus, aua, aua, aua. Ihr müsst euch ne Schottie kaufen und dann müsst ihr, oder ihr müsst im Kreis um die rumlaufen, sodass die euch nie angreifen können. Ja, der scheiß Dinosaurus war ziemlich stark. Und schnell. Ja, weil die euch verfolgen, wenn die im Kreis um, dann können die euch nicht angreifen. Ich geh ja nicht. Woh, was ist denn das? Ein Alligator? Dinosaurus, hab ich doch gesagt. Okay. Alex, was für ne Schottie hast denn du? Oh mein Gott. Die normale. Also nie die Full Auto, weil die ist scheiße meiner Meinung nach. Ah, okay. Ah, okay. Ich hab diesen Alligator und das andere Viech kaputt gemacht. Also Stefan, deine Waffen, die liegen hier noch. Die kannst du ja wiederholen. Die kannst du ja wiederholen. Die sind relativ nah eigentlich. Müssten wir nur die Flugsaurier töten. Der letzte Dinosaur. Warum kann ich nicht mehr schießen jetzt? Okay. Okay, jetzt erst mal einen neuen Staff holen. Stefan, hol dir deine Waffen wieder. Da müssen wir alles im Auto auslassen. Also wo das ist, weil ich kann's ja nicht lesen. Äh. Klasse, ich komme. Ja, das kannst du jetzt machen. Jetzt haben wir genug Zeit. Schon grad eben haben wir genügend Zeit. Ja, erklär. Ja, so kann ich mir jetzt das ganze Doppelarmor und sowas kaufen. Bei Orgments. Es gibt das eine Haus, in dem gibt's halt die Weapons und in dem anderen Haus gibt's noch mal Konsolen. Und dort kann ich mir das zwei kaufen. Ja, kannst du mir die Orgments kaufen. Okay, hier liegt alles, sehr schön. Hä, wo ist das? Das hier, wo ich bin. So, ich kaufe mir mal ein. Und wie geht das ja jetzt an? Wo ist jetzt zum Beispiel Doppelarmor oder sowas? Ja. Boah, ich könnte mir die Sniper kaufen, die macht 1200 damage. Wenn noch ganz am Anfang bist, dieses Herz. Stefan. Ja, du musst aber auch damit treffen können. Ach, stimmt. Ja, warte mal. Das ist ein Iron Crow, ich kann das. Ich kann jetzt seh das nie. Ach so, ich wirst das eigentlich gucken. So, jetzt hab ich mir das hier gekauft. Ich hab mir wohl über ihn gekauft, jetzt hab ich auch Health Region. Okay, Moment. Moment. Ich hab mir jetzt eine Sentry Gun geholt. Ah, die hab ich mir überlegt, aber die haben wir halt nur 60 Sekunden, die kosten 20.000. So, ich hab jetzt einfach mal auf Bilder geklickt, die schön aussahen und hoffen wir mal, dass sie gut sind. So, ich habe schon gesagt, das Herz musst du auf jeden Fall haben. Das Herz war schön. Nee, das war Spaß. Das Herz ist Doppelarmor. Ja, das hab ich sogar das Richtige ausgewählt. Na gut, dann sammeln erst mal, würde ich sagen, am Generator. Ah, ich hab jetzt eine Style-Party, die macht, ich glaub, ich weiß gar nicht, 600 Schaden pro Schuss oder so? Geiß. Hier ist Stefan, hier liegt noch eine Waffe von dir rum. Ja, nee, 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 das ist die scheiß Pistole. Ach so. Hallo. Soll ich den Generator hinstellen? Ich sehe jetzt sogar meine Füße. Soll ich denn die hinstellen, die Sentry Gun? Ja, die hätten nur 60 Sekunden, das heißt, du musst dann irgendwo hinstellen, wenn wir Ärger bekommen. Ja, bist du juckt? Ja, ja. Ja, ja. Okay, auf zum Objective. Alles los, ein Dinos kommt für Luca. Oh, da müssen wir wieder so weit laufen. Können wir dir das Auto hinten nehmen? Nee, das Auto ist kaputt. Also, wenn der T-Rex kommt, ne, dann baitet der Alex den T-Rex und wir schießen drauf. Ach, der T-Rex ist doch easy mit einer Schottie. Ja, du hast halt eine Schottie, ich hatte kein Geld mehr für eine Schottie. LOL, hier liegen auf den Waffen rum. Alles teure, ne? Ja. Aber die Schottie ist dann nur 2000. Echt? Hä? Nee, nee. Die ist mehr als 2000, Alex. Die SMG ist 2000. Die 2000 ist die Schottie und das Secondary. Na, da habe ich... Secondary, die dritte Waffe ist es, glaube ich. Die ist keine 2000, ich habe 2500, ich konnte sie mir nicht kaufen. Aber ich bin, am Anfang war die 2000. Wo war die 2000? Ah, ich bin... Oh, du hast nen Jackfack! Mhm. Oh, cool, Erik! Ja! Wo ist denn der Hemd? Da drüben ist der Dinosuchus, ne? Boah, ohne Scheiß, die Sniper macht ja richtig viel Schaden. Wo ist denn der Stefan? Ja, die macht echt viel Damage. Wo ist denn der Stefan? Da hinten. Weil du bist falsch abgebogen. Oh! Na, was? Alter, das Licht blendet. Ich bin grad so rein mit der Sniper und auf einmal steht was vor mir. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Das Licht blendet immer noch, scheiß Lichteffekte. Leg me do am Arsch. Am Arsch? Arsch. Scheiß, die Waffe macht echt richtig viel Schaden. Welche? Sniper. Kann man damit auch Quickscope? Ne, ne? Doch. Du brauchst teilweise nicht mal Zielen dafür, die ist immer genau um Fadenkreuz. Boah, ich krieg grad voll aufs Maul, Alter. Boah, ich krieg grad voll aufs Maul, Alter. Oh mein Gott. Kann mir mal jemand helfen? Wo? Wo? Wo seid ihr? Ich seh's nicht. Warte, ich komm zu dir. Hey, warte. Komm runter, ich heil dich. Du musst natürlich über meinem Fadenkreuz bleiben. Da ist der T-Rex. Jetzt reicht's mir. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Oh, lol. Der T-Rex. Was hab ich noch gesagt? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alle auf den T-Rex. Sofort. Der ist down. Ich hab noch 51 Leben. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst ihr helfen. Ich schieß auf die Wichs, die hier. Ich kann nicht, ich bin fast down, Alter. Ich hab noch 13 Leben, ich down. Und ich bin wieder da. Ich hab alle meine Waffen. Danke, du bist wie bei mir. Nee, und zwar ist es, wenn du grad zum Sterben liegst und noch so schießen kannst. Wenn du dann einen Kills kriegst, wirst du wiederbelebt automatisch. Ja. So, nice. So, heilst du mal einen Stefan? Der hatte irgendwie noch wenig Leben. Ja, ne, es hat sich wieder erledigt. Stefan. Ich bin hier oben. Ich weiß es immer noch nie, wo du bist. Bescheid ist, die Auto-Sniper ist mega geil. Die Auto-Sniper? Na, kommt ihr jetzt mal zum Objective oder was macht ihr jetzt hin? Gibt's mehrere Sniper oder was? Ja, es gibt drei. Die erste wollte ich nicht nehmen, weil die mir zu schlecht war. Die letztes, keine, ist halt so ne... Jetzt kommt mal zum Objective alle. Ja, ich komm doch. Ja, ihr habt sowieso schon einen genommen. LOL, Alex. Kann ich, kann ich mit? Ja, doch. Kann ich? Nein, kann ich nicht? Nein! Was denn? Das ist meiner! Gustav! Ha! Nein! Ich will auch mit fliegen. Nee, komm mal zurück, komm mal zurück, Gustav. Komm mal zurück. Du kannst nicht mit rein. Ich hab's beim Alex probiert. Ja, ich hing unten dran. Hä? Nee. Doch. Du hast mich grad mitgenommen gehabt. Alter, komm doch mal runter. Moment, wie mach ich denn? Wie steuert man das scheiß Teil, Alex? Mit der Schleichen-Taste runter und sonst mit Maus steuern mit Leertaste hoch und dann halt... Achso, okay. Ich will mich unten dranhängen. Moment. Ich spring da... Stefan, ich komm mal ganz los zu dir runter. Moment. Ja, warte. Oh, falsche Taste. Komm mal runter, Alex. Warte, 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 warte. 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 Kannst du landen? Lande mal. Ja, weil du dran gehangen hast und dann bist du wieder rum. Alter, landen ist in dem Teil richtig gay. Wo bist du jetzt? Warte, ich will auf die... Ich bin über dir! Ja. Ich spring doch mit dem Jetpack nach oben drauf oder so. Warte, warte, warte. Loll, der liegt nur unten. Okay. Ja, ich kann jetzt nimmer eh, sonst machen die Viecher mich weg, tut mir leid. Na, super. Gibt's da noch so ein Fahrzeug oder so? Ja? Das war knapp. Ich weiß nicht richtig. Alter, guck mal, was jetzt kommt. Toll, lol. Spielst du da noch? Oder was? Ja. Viel Spaß, Erik. Gibt's denn da Autos oder sowas? Nee, es sind immer... Hä? Hempel, du wärst ja beim Alex mitgeflogen. Ja, der hat's irgendwie nie hingekriegt. Du hast da Jetpack, oder? Ja, aber... Und ehrlich gesagt, ich konnte dann immer ohne mal auf der Stelle hoppern, weil, äh... Ich hab... ...richtig... Also Stefan, OP sagste. Ja, schieß... Warte mal, kann ich meinen Decentrikan hier oben hinstellen? Warte mal... Ja. Ähm, könnt ihr mal kommen? Flieg! 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 Ich hau drauf. Ja, wir sind hier bei dem Generator, Alex. Ich bin auch bei dem Generator. Zum Zweifel seid ihr da. Wir fliegen hier rum. Ich hab keine Muni mehr. Okay, ich bin... Ich bin fast down. Ich lande mal in der Base und repariere mich. Protectet mich mal. Oh mein Gott. Ich kann halt eben nicht schießen. Warum kann ich darauf nie die Medican einsetzen jetzt? Boah. Gut. Warte. Lebt der Hempel noch? Ja, noch. Aber ich werd die ganze Zeit von Nidus noch vor allem den angegriffen. Warte mal. Wir haben ja an der Base selber relativ viel zu tun. Lol, da ist irgend so ein Viech mit nem Segel auf dem... Stefan, nein! No! Los! Ja, ich hab den Tearmix geholt. Ja, wir sind hier gegen irgendeinem Sauros beim Hempel. Ja. Ah, fuck. Und... Alter, der macht voll Damage. Renn einfach, renn. Schieß nicht auf den. Renn einfach. Ich schieß grad auf den Stegosaurus. So viel wie ich hab. Alter, der Heli macht leider kaum Schaden, muss ich ehrlich sagen. Ja, irgendwie... Boah, wie schnell das Viech ist er. Gott, Stegosaurus hab ich. Hm, Alter, was ist der? Das ist der? Das ist der, der hat mich immer. Der hat mich immer, das ist unfair. Das ist unfair. Okay, Moment. Wo, wo, wo... Wo ist ein Hempel? Wo liegt Hempels Leiche denn? Der liegt hier bei mir! Hä? Da wird mir angezeigt. Mach versuch, lass sonst irgendjemand wegzumachen, Hemp. Ich bin nicht im Last und er hat mich sofort gefüllt. Spawning Mordinos. das ist immer schließlich immer ich schieße mal was wir hier an der Ex-Sitzel und die Leiste zeigt wie weit du überhetzt bis heute ist einmal den Heli über die Sniper macht einen nicht mehr Schaden ich bin tot Luca ich kann nicht mehr schießen lebt er nur noch oder hängt er hier nur einer Wand ich habe mal den Heli mehr oder weniger gelandet weil die Sorge macht mehr Schaden als das Teil als die Waffe von dem Teil ja ich würde mal den Heli an der Base landen ja gut also ganz hat das noch nicht funktioniert Erik du hast die Spielmechancen nicht raus immer schön vor den Dinos abhauen was wir müssen versuchen ja ich bin grad tot ich kann das ist der Tricerra up top schießt den mit auf sehen macht ihr das mal ich versuche mal die Helis adäquat zu landen boah Alu mit seiner Alter brauchst du echt einen koreaner Finger Junge oh komm schon lass mir eine Heli ach ne das ist der Stefan der Stefan hat eine pinke Knarre hey Stefan was geht ab Sniperkollegen sagst ne wir müssen den Generator ja geht mal auf den Deich mit Sauros wenn der down ist ist eigentlich safe hä ist denn noch einer davon oder wie warte mal vielleicht kann ich Monster kill Christus Six moment warte ich komm kann ich kannst du geht das ne ich kann leider ne ok ich fang jetzt mal an könnt ihr mich schützen oder nicht oder nicht ja ja ich komme ja ich Moment ok wenn ich angegriffen werde dann klappt das toll das klappt das nicht ne weil ich erledigt wurde von so einem großen fetten Dino der mich im Maul hatte ja mach weiter mach weiter mach weiter in der nächsten Runde ich kann nicht weiter machen wenn ich angegriffen werde ich muss die Kleinen weg machen Stefan ja weißt du die kriege jetzt das Luft was ich die ganze Zeit probiere er ja ich stehe da stehen wenn die uns angreifen ok ey wenn ich Stefan dabei zu gucken zeigts mir selber holt eh an voll geil ne ja oh sag schon boah leck mich am Arsch ich brauche ich neue Munition für meine Sniper meine Sniper ist komplett leer ja und hier wieder eine Waffe die ich hab die Helis hier vor der Base gemacht die müssten eigentlich voll ihre Barrieren sein Boah jetzt nur Alter ich kann nicht spawnen ja noch ist die Waffe nicht vorbei Erik aber die Waffe noch nie mehr hättest ja machte man ihn nicht ja wird man das noch nicht frei warum ja weil die Waffe noch nie vorbei ist hör doch mal zu hier ist noch eh ein Flugzeuger ich versuche zu erwischen ja Luca ich kann nicht mitspielen das ist echt ein bisschen blöder ein kleiner Bruder kann das sein ja wie oft du sagst dass du nicht mitspielen kannst ne lol warte irgendwo ist noch einer ja da drüben Alter wie fliegt man das Teil äh Leertaste hoch dann das was bei dir crouchen ist entweder X oder C ist runter und dann halt ja und dann tust du halt mit der Maus halt neigst du dich dorthin wo du hinfliegen willst und dann kannst du mit W beschleunigen ja und wenn du ne der Stefan kann auch nicht gut fliegen Luca wenn du zu viel Damage nimmst dann tu einfach landen und rausgehen Leute man kann sogar die drück mal STRG Alex ja ich wills ich wills wenn du zu viel Damage kriegst dann tu einfach äh landen und rausgehen ich kann das kennst du ehrlich Leute könnte mir auch selbst eine Flugzeuger da um zu töten mit den Double Pisces krieg ich den von hier nicht ja warte mal Alter die Kameras total beschissen in dem Winkel komm wir sind noch eins im Tino den Vater wohl erledigen können oder ja ich treff den von unten nicht lol also die zwei Hälfte da oben ja ja das war so seitdem die Kompetenz also zwei Flugzeugen gegen einzelne Flugzeuges ja da ist er da seid ihr wie blöd wie das wie das aussieht Erik Erik guck mal mir zu ne mit Maus kannst du ja durch ne wechsle mal mit Mausrad kannst du zwischen den und wie kann ich senken wie komm ich runter Victory the base has been secured cool habt ihr gewonnen das ist wir haben wir haben wir haben was hab ich was hab ich ja also ich würd mal sagen auf der Schwierigkeitsgraden Noob also ja ich hab's akustisch nicht verstanden Erik so wie der Server heißt also ok ich würd mal sagen das war erstmal lang genug die erste Folge auch mit Eriks Mom als Special Guest hier würd ich mir sagen vielen Dank fürs Zuschauen Alex ist der Führer kommt wahrscheinlich noch ne Folge ja haut rein ich hab's